Hörst du auch? Was willst du denn von mir? Ja, genau. Scheiß HSV. Nicht. Nein, das war nur im Scherz. Ja, natürlich, natürlich. Du hast sogar auch für den HSV gespielt. Im Leben nicht. Hörst du auch? Bei 125 Jahren hast du mitgekickt. Zählst du das mit? Ja, das zähl ich mit. Ach, nee, nee. Aber ich war ja in einem anderen Team, in einem Handballteam. Deswegen zählt das nicht. Nee. Aber freust du dich, mal wieder hier kicken zu können? Hambelantor? Ja, ich bin ja öfter in dem Stadion, zwar außerhalb. Ja, genau. Aber ja, unten zu stehen ist natürlich eine tolle Sache. Das Stadion ist ja jetzt fast fertig. Und ja, mit den Jungs als Klassentreffen das hier zu sehen und dann auch miteinander zu spielen ist eine schöne Sache. Ja, super. Hau rein. Alles klar. Du auch, ne? Ist nachher nicht so viel. Ja, es langt schon, ne?